Ex-Bachelorette-Sieger Alexander Hendersmann ist wieder glücklich vergeben, an die RTL-Moderatorin Laura Papendik. Alexander Hendersmann, 34, verrät endlich, wer die neue Frau an seiner Seite ist. Bereits im Juni bestätigte der ehemalige Bachelorette-Sieger, wieder in einer Beziehung zu sein, nun ist klar, mit wem. Hendersmann datet die RTL-Moderatorin Laura Papendik, 33. Das gab der 34-Jährige bei Instagram bekannt. Dabei stellt sich auch heraus, dass die beiden schon länger ein Pärchen sind. Am Freitag, 12. August, feierten die beiden bereits ihren Jahrestag. Hendersmann ist stolz auf Papendik-Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Ein Jahr voller Erlebnisse, die uns zusammengeschweißt haben. Die uns wachsen lassen haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Danke, dass du mir zeigst, was Liebe bedeuten kann, schreibt der Reality-TV-Star. Dazu teilt er mehrere Schnappschüsse von sich und seiner Freundin. 2018 nahm Hendersmann an der fünften Staffel von Die Bachelorette teil und bekam dort die letzte Rose von Nadine Klein, 36. Die Beziehung hielt allerdings nur wenige Monate. Auch an der sechsten Staffel nahm er teil, um das Herz von Gerda Lewis, 29, zu erobern, verließ die Sendung jedoch freiwillig. 2019 war er Kandidat bei Bachelor in Paradise und kam mit Violetta Psiuk, 31, zusammen. Die Trennung folgte einige Monate später. Die Trennung folgte mich an. Jatan bis hin. Die Trennung folgte mich an. Walau Ça, ich habe mit meinem neuen Christen. Say, dass ihr soじゃあ? Oh, und meine Frau von God marshgute mich an. Bis zum nächsten Mal.